Der Ku Klux Klan, rassistisch und rechtsextrem. Auch in Deutschland findet deren Ideologie immer wieder Anhänger. Jetzt ermitteln die Behörden gegen die National Social Knights of the Ku Klux Klan Deutschland, kurz NSK. Es geht ihnen um den Schutz von Nation und Rasse. Einzelne Mitglieder zeigen im Internet offen den Hitlergruß. Eine ernstzunehmende Gruppierung findet Rüdiger Stein, Rechtsextremismus-Experte beim DGB Rheinland-Pfalz. Die einen belassen es bei viel Reden oder Schreiben in den sozialen Netzwerken, aber andere drängen auch zum Handeln auf. Und ich glaube, dass das schon eine Gefahr birgt, dass diese Menschen sich weiter radikalisieren. Bei bundesweiten Razzien in der vergangenen Woche wurden mehr als 100 Waffen sichergestellt, darunter Messer, Macheten und Luftdruckwaffen. Gegen 40 Personen wird ermittelt. Nach SWR-Recherchen gab es auch hier in Mayen eine Razzia gegen ein Pärchen. Auf deren Wohnungstür ein Aufkleber des NSK. Der Mann, der uns öffnet, soll eine maßgebliche Rolle bei der Gruppierung gespielt haben. Ein offizielles Interview lehnt er ab, doch er räumt seine Mitgliedschaft ein. Da kommt hier eine kleine deutsche Gruppierung und dann ist da gleich so eine Welle hier am Laufen. Man wird ja direkt hier als kriminell eingestuft und das sind wir und waren wir auch nicht. Alles ganz harmlos? Im Internet zeigt er sich mit Reichskriegsflagge. Seine Partnerin teilt ganz offen nationalsozialistische und judenfeindliche Inhalte. Bedankt sich beim NSK mit den Worten, danke für die Aufnahme, Bruder, heil dem NSK. Auch er kann sich mit den Parolen der Gruppe identifizieren. Family Race Nation, ja das passt. Familie, Rasse, Nation, ein extremistisches Weltbild. Nach den Razzien will sich die Gruppe angeblich aufgelöst haben. Für das zuständige Landeskriminalamt Baden-Württemberg ist damit der Fall allerdings nicht erledigt. Diese Personen hegen Gewaltfantasien, sie haben nationalsozialistisches Gedankengut. Da müssen wir einfach weiterschauen, was wir im Laufe unserer Ermittlungen, unserer Auswertungen da noch herausfinden. Die Ermittler schließen nicht aus, dass sich der Kreis der Verdächtigen beim NSK noch ausweitet.